Die bisher zwei Jahre während der Corona-Pandemie hat der deutschen Wirtschaft einer Studie zufolge rund 350 Milliarden Euro gekostet. Diese Summe sei an Wirtschaftsleistung verloren gegangen, teilt das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln am Sonntag mit. Im laufenden Quartal könnten möglicherweise auch noch 50 Milliarden Euro dazukommen. Andere Experten befürchten dadurch sogar eine neue Rezession und die Erholung davon könnte Jahre dauern. Dem Institut zufolge gaben die Deutschen in den vergangenen zwei Jahren 270 Milliarden Euro weniger für ihren Konsum aus, als das ohne Pandemie der Fall gewesen wäre. Das entspricht rund 3.000 Euro pro Kopf. Außerdem investieren Unternehmen rund 60 Milliarden Euro weniger. Staatsausgaben und Exporte fingen die Wirtschaft im zweiten Jahr zumindest teilweise auf, erklärt das Institut. Gebremst haben im zweiten Corona-Jahr aber vor allem Probleme bei Lieferketten. Das Fehlen von Bauteilen mache besonders der Automobilindustrie zu schaffen. Die Produktionslücke in der gesamten Industrie sei dadurch auf 7,5 Prozent gestiegen. Im laufenden ersten Quartal könnten die anhaltenden Corona-Einschränkungen Europas größte Volkswirtschaft und Österreichs mit Abstand wichtigsten Handelspartner Deutschland aber in eine Rezession stürzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet für Mitte Februar mit mindestens 400.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Wenn es zu vielen Arbeitsausfällen komme, dann wäre das ein neuer Belastungsfaktor, sagt der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Nils Janssen. Eine Rezession werde dadurch wahrscheinlicher. Das sieht der Deutschland-Chef-Volkswirt der Deutschen Bank Stefan Schneider ebenfalls so. Man werde eine technische Rezession sehen, wird er zitiert. Bereits im vierten Quartal 2021 war die deutsche Wirtschaft nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zwischen 0,5 und 1,0 Prozent geschrumpft. Folgt nun ein weiteres Minusquartal würde Deutschland in einer sogenannten technischen Rezession stecken. Einen Absturz wie zu Beginn der Pandemie 2020 erwartet Schneider allerdings nicht. Man habe gelernt, damit zu leben, sagt der Experte, der von einem Minus beim Bruttoinlandsprodukt von etwa einem halben Prozent im laufenden Quartal ausgeht. Wir sehen uns beim Bruttoinlandsprodukt.